Mein Wahnsinn, die legen gleich schon wieder los mit der Scheiße, ne? HEI! TESA! Die Doktor-Seltsam-Krankheit tut mir leid, ich kann nicht anders sein. AH HEI! Mein Führer, ich kann wieder laufen. Erzähl mir nix vom Präsidenten. Die Aufnahme musst du stoppen, das hilft nichts. Einfach sowas nicht sagen, dann kommen auch nicht so Kommentare. Hei, ich hab Doktor-Seltsam zitiert, man. Ich mein, ich hätt davor noch Klassiker aus dem Fernsehen zitieren dürfen. Aus dem Kino. Richtig. Das war direkt bei der Premiere im Kino. Hehehe. So weit bin ich auch noch nicht. Ja, seitdem gibt's einen. So, ich glaube ich kann jetzt geradeaus weiterfahren, weil jetzt da vorne, der wird wahrscheinlich jetzt so schwuchtelig dir hinterher drehen. Rückwärts fährt er schon mal. Ja, hier, Daniel Larsen fährt er auch schon wieder rückwärts. Juhu, ich kann rückwärts fahren, sonst mit Kanon-Google-Spam. Juhu, 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 Juhu. Es können sich nur Russen ausdecken, so eine Scheiße, Alter, das gibt's nicht, ey. Ey, Ivan, nimmst du Wodka? Okay, Ivan, was machen wir heute? Ist dir auch langweilig? Ja, lass uns das Segelprofil verhunzen. Alter, nee, ehrlich, ey. Alter, was macht der hier? Ja, rammig rückwärts. Klar, bitte nicht nach rechts schießen, ja. Ja, ja, alles gut. Hier, Henry Barre da hinten, er fährt einfach rückwärts weg. Interessiert sich, er flüchtet rückwärts bei uns. Einen Spaß, Alter, ein Spaß. Alter, schmeißt das Game in die Mülltonne, ey. Ich kann nix dazu sagen, ey. Ach, sie sollen ruhig Deutsch verstehen, ey. Hörts mich sperren, ey. Alter, ich zieh den hier hinterher, der sitzt mit mir fast auf dem Arsch drauf. Ich hab den hin schon komplett aus dem Wasser rausgehoben. Was ist das denn? Aber warte mal, ich verpasse ihm jetzt ein paar ordentliche Lacks. Ey, ich programmiere vier Jahre an deinem Spiel und dann werfe ich's weg. Ehrlich, ich pack das nicht, ey. Das ist... Das ist zu tief, ey. Ach, da kommst du ja mal an. Was? Na, ich versteh den Hintergrund wirklich nicht. Nein, tut mir leid. Ist zu hoch für mich. Kommen wir nicht mit. Dafür muss ich vielleicht den Russland schockiert haben oder so, aber... Uni Kaliningrad oder so, weißt du? Dann könnte ich's vielleicht verstehen, aber... Ich verstehe, ich verstehe. Ja gut, daran könnt ihr mich gewöhnen, ja. Warum nicht? Ich meine... Wenn ich dann auch so coole Ideen habe, wer will sie kreativ davon... Ey, der dreht auf den Teller, ne? Ey, das gibt's nicht. Sechsau. Alter, jetzt haben die mir schon hundertmal rausgeschossen, ist doch lächerlich. Die sind ein bisschen zu stark eingestellt in ihren Reaktionen, ja. Ey, aber seht's positiv. In zwei, drei Wochen haben wir da Laser-Kanonen drauf und dann... Ich sag ja, ich krieg ne Bismarck, ja. Also... Und nur ich krieg ne Bismarck. Ich weiß nicht, was die sich hier mal gedacht haben, ey. Ich würd das gerne mal wissen. Wie können wir uns noch ein bisschen weiter von der Beta entfernen? Lass uns am Segelprofil arbeiten! Jetzt segelt die Agger rückwärts, um mich im Schussfeld zu behalten, ja? Wir wollen gerne noch ein paar Jahre weiterprogrammieren. Na, wirklich, ey. Das Spiel wird nie fertig, wir sorgen schon dafür. Wir finden Early Access einfach geil! Early Access for Life! Vielleicht können wir hiervon noch an Investoren foppen. Ey, die drehen so krass. Das ist echt... Kann der auf den Teller drehen, ey. Das will ich auch. Gibt's noch Investoren, der uns hier noch eine Million reinwerfen möchte? Wirklich, ey. Ich weiß es nicht. Möchtest du für so'n Affenverein arbeiten? Ey, schau... Gott sei Dank ist das keine Deutsche, weil die würden sich drei Jahre überlegen, wie man überhaupt dieses Projekt leiten darf, weißt du? Und am Ende geht's dann alle zerstritten auseinander und sagen's, nö, wir haben keinen Leiter. Boah ey, ich komm hinter dem verfickten Schiff nicht hinterher. Wo kommst du denn schon wieder her? Der MS-Kell dreht, das ist wirklich... Keine Chance. Keine Chance, ey. Kreuzt er mich schon wieder, ey. Ich darf schon wieder gegenkreuzen. Na jo. Die Leute fängt das Spiel an, fängt an Spaß zu machen. Moment. Moment, 600 Leute auf dem Server, da tun wir was. Da gehen so Alarmglocken an, weißt du, wenn die 600er Marke jetzt nackt ist, weißt du? Oh je. Ich darf nicht gegenmaßnahmen ergreifen. Alter Frust fresse ich jetzt schon Schokolade, ne? Diese Programmierer kannst du wirklich nur feiern, das ist wirklich nicht normal. Alter, das ist... Hehehehe. Sind alle gesperrt. Hehehehe. Na Ga Wembon. Rückwärts fahren auf der Stelle drehen. Juchu. Es ist so schön. Hehehehe. oh gottse dank spielt magnite nicht ich glaube der hätte schon so einen aufs raster gekriegt hat sie ja letztes mal schon über kleinigkeiten ist ja schon explodiert ja manövriere mich halt aus ist richtig es ist halt eine agamenda martin das musst du verstehen das ist eine leichte fregatte die aga ist eine leichte fregatte wie man sieht das rede ich das ist das ist klasse 6 schiff das ist ein bastelschiff hier ein papierschiff da wird ja jeder fregattenkapitän neidisch auf die ja dreh ich nach links dreht er nach rechts dreht ja ja oder gegen den wind dreht er voll nach rechts habe ich auch gerade weißt du zwei schießen dazu nicht voll auf vollen rohren ne es ist echt an der wahl ich sag mir das ist ja das ist nicht mehr lustig oh Mario hat den ersten kühl jetzt müsst ihr euch aber ran halten das wird dann doch ein pk im hafen der karten zweiten kühl wir arbeiten dran er hat gleich den dritten das zerrt doch alle nerven ey nee nee nicht weg das ist wirklich krass ja wenn er jetzt so weiter fährt wenn er jetzt so weiter fährt dann ja komm weiter 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 nein nicht weg nein oder dreht er jetzt wieder zurück komm bitte mach ach nö ich hab hier keinen bock mehr oh sag ich doch klick an den dritten ja jetzt fährt er einfach stur geradeaus alter es ist doch behindert einfach wie kommt denn der schon wieder auf einmal in die front der fährt rückwärts in meine front eben war noch ganz woanders jetzt ist der rückwärts in meine front gefahren aber der fährt rückwärts um mich herum das ist natürlich freundlich dass er mich nicht rammt so Antikollisionssystem funktioniert noch wurde nicht raus genervt oh mein gott oh mein gott ich sag euch das das kommt auch noch an diesem abend will ich mich noch lange erinnern das ist oder schreiben sie also lustig so ja wir wollen nicht alle schiffe auf einmal umändern joh hättest du das mal gemacht ey ich weiß ich nicht vielleicht brauche ich da noch den richtigen Script oder das richtige Exploit dafür ich meine muss ich mal Moscow fragen oder sonst jemanden wie das geht mittlerweile jeder kann das also sie haben alle Skripte mittlerweile aber ist ja nicht so schlimm es stellt ja niemanden ja wenn es alle machen ist es ja wieder legitim ja genau und wenn alle dopen ist doping ok ey so tue de France auf See ey ja da ich hole gleich meine Säge ein und bleib hier stehen stimmt einfach hier nix drauf knallen wie heißt ich meinst sie kommen dann zu dir ja ja rückwärts nachher ploppt da so ne Meldung auf bei den Debs spieler verweigert mitspielen spieler verweigert spieler verweigert spieler sofort gesperrt auf Lebenszeit ey wir decken uns die scheiße nicht umsonst aus ey der dreht als wenn der als wenn der eine Motorbackkasse hätte oder einen Motor Schlepper ja der ihn drückt doch nicht nochmal ey naja also Shuttle Prozentantrieb ausstrahlen Wir sind aber nicht Körg Boah, ich kapier das nicht. Was denn? Können wir dir was erklären? Nö, aber der Knarze, die fahren jedes Mal so, wie der Knarze fährt. Ich muss weg von Knarze. Der bringt Unglück. Ja, aber so kommen sie wenigstens zu mir und ich bleib jetzt die Eiskalt im Wind stehen, das ist mir jetzt egal. Wenn die so fahren wie Knarze, wenn der Knarze untergeht, gehen die dann auch unter? Schießt um. Schießt um. Ich meine, kann ja wohl sein, ne? Alter, jetzt dreht die Sau wieder rein, oder? Ich will doch nur versenken. Jetzt mache ich das genauso ugly wie die Bots, ich fahre jetzt einfach stückviel rückwärts. Naja, die Basic-Loot-Dinger, die sind da auch massenweise drin, ich weiß. So, minus 3,1 Knoten rückwärts. Klar, die hat das Ruder kaputt geschossen, diese Penner. Du wirst es, die eine Aggersie, auf die ich zusteuere, die schießt nach hinten. Aber da ist niemand in der Schussbahn. Du bist einfach draufgeholz. Och, geschießt, voll. Oh. Oh. Also, ich komme jetzt mit 3,4 Knoten rückwärts zu euch angeholzt. Also, morgen müssen wir noch ein paar Missionen mit den Aggers spielen, oder so. Ich will das einfach mal selber ausprobieren, was das geht, ey. Also, morgen machen wir ein Port-Battle mit Aggers, wir reden schön im Kreis. Morgen werden wir richtig gegankt, ey. Was? Ich bin gespannt, was morgen zum Port-Battle los ist. Da werden ein Haufen Briten und Piraten da sein, wettig. Naja, das ist ein neutral Port-Battle. Entschuldige, bitte, es ist schon spät. Das heißt, da können Sie ja ruhig rumfahren. Sie können in die Links fliegen, oder so. Wenn die Battle rein und gut ist. Ich schießen da auf mich. Wir haben nicht auf dich geschossen, ausnahmsweise nicht. Wieso habe ich noch nur ein Knochen, oder keiner in der Gegend, ja. Aber es ist irgendwie cool, weil mir schlug gerade irgendwas ein. Und die Formel konnte nicht geschossen haben. Ich fahre 3,3 rückwärts. Aber das ist wirklich so, wenn du bei NPCs Probleme hast, einfach rückwärts fahren, die kommen überhaupt nicht mehr klar darauf. Außer die Aggers, ja. Ja, Aggers sind halt Aggers, das nicht vergessen. Kann man auch bei Spielern machen, das ist für Wette genauso. Da habe ich ja mal meinen Kampf auch gemacht. Da bin ich mit meiner Vasa auf 5,5 Knoten rückwärts gefahren. Wie gesagt. Ja, habe ich ja auch gehört. Ich wollte sagen, mein Krampf. Ich habe gerade einen Krampf. Mein Krampf, was? Ja, ja, ja. Mir fehlt der Haltkräuter. Ja, kommst du zu Papa Jack? Der hat alles, was du willst. Da brauchst du nicht zu mir kommen. Da geht woanders hin. Das ist eine einzige Rückfahrveranstaltung hier. Da läuft der jetzt ab oder dreht er sich noch ein bisschen im Kreis und schubt eine Runde. Ich habe keine Ahnung, Mario. Der dreht einfach noch. Das ist echt das. Er dreht sich da beim Absaufen. Man würde drehen. So, ich manövriere mich jetzt mal rückwärts aus dem Wind raus. Ach, kann ich das nicht auch mal so schnell machen wie die Bots? Taxi, Taxi, Taxi. Jetzt stirb du, Lusche. Wir looten. Einfach umgeheult. Er will nicht sterben. Sie brauchen relativ lange, bis sie sinken. Oh, heute wird dir der Schützenkönig. Ich habe jetzt keinen Assist auf den bekommen. Willst du mich verarschen? Ich habe irgendwo einen Kill bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wen ich da versenkt habe. Wer hat den da gerade? Der hat ja gar nicht schossen. Das hast du ja zu schossen. Ja, deswegen sage ich, ich kriege nicht mal einen Assist. Ja, ich habe eine Aga versenkt. Ah, sechs Hasskills. Okay, das reicht. Dann kriegen wir die Portmitte. Wie, keine Kills auf Liebe? Was? Äh, weiß ich nicht. Wie, was mit leichter Ostsee-Flotille von Eggern-Förde oder sowas. Ich muss gleich mal in die Textdatei gucken. Ich glaube, ich habe das noch gespeichert. Ja, das ist eine Parteigruppierung, die in Russland nicht unterstützt wird. Ja, aber vielleicht sind das ja keine Putin-Anhänger hier, die Programmierer. Na ja, die mögen die Russen nicht mehr. Die haben Angst, dass das Ding, das Gleiche passiert wie... Wartel, du solltest nach links fahren. Ja. Die haben jetzt genauso viel Angst davor, dass ihnen dasselbe Schicksal blüht wie denen der Krim. Der weißrussische Präsident ist nicht mehr Putins bester Freund. Herr Erdogan. Merkel. Boah, jetzt der Kumpel. Der sowieso. Getschi. Das denkst du, Mann. Er genießt noch alle diplomatischen Immunitäten, die es gibt. Getschi ist eh der Beste. Und ich schätze, er wird auch jetzt neuer Bundeskanzler werden. Getschi? Die SPD holt einen Getschi aus der Mottenkiste. Wählt den. Okay. Da kommt Güsendorf an den Pfiffen da. Der läuft ja schon wieder an der Breitseite. Diesmal spriesen wir drück ich ab, Güsendorf. Diesmal drück ich ab. Meins wegen... Was sollst du machen? Dann wegfahren. Feuer frei. Also meins wegen kann er ruhig wieder Kanzler werden. Das ist vollkommen lötet. Ey, besser als Merkel. Also von mir aus kann jetzt auch der Papst Bundeskanzler werden. Ja, dann machen wir ihn auf Iran. Aber... Er hat wenigstens gesagt, was ihm nicht passt und so. Und warum er dann etwas nicht unterstützt oder sowas. Bei Merkel hörst du nichts. Der echte. Ja. Ja. Und dann wurdest du noch besänftigt mit den Worten, wir schaffen das? Ach, die... Wackel. Ja, ja. Nee, nicht mehr. Wofür habe ich einen Kill gekriegt? Das sah ich nicht so langsam auf. Ja. Ja, aber wofür? Ich habe nichts gemacht, Alter. Ich habe nichts gemacht. Hast du auch Standbild gehabt? Nö, ich muss den hier noch schnell. Der will noch. Jörg, hast du auch Standbild gehabt, ja? Nö, ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit nur Scheiße gelarbeitet und... Irgendwie war es, glaube ich, das, was es gebracht hat. Das befähigt dich dazu, vier Kills zu machen. Ja. Was ist er? Hat er jetzt das Standbild gehabt zwischendurch? Ja, dann hättest er fünf. Ich würde sofort Oliver Kahn sagen. Oh, Basic Light, Bruder. Dafür habe ich... Bin mit Looten fertig, meine Freunde. Sind wir raus, oder? Nein. 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 Weil ich noch nicht gelootet habe. In welche Richtung sollen wir jetzt eigentlich drehen? Was war jetzt der Plan? Hafen? Das habe ich nicht gemacht. So, und wenn wir jetzt sagen, dass die Agas scheiße sind, ja, dann sagen die, wieso? Ihr habt sie doch alle versenkt, so gut können sie gar nicht gewesen sein. Das wird nichts werden, Junge, vergiss es. Das wird was. Das wird was. Hast du Blasen gesagt? Oh, scheiße. Hey, der Drops ist noch nicht gelöscht. Die Kirche ist noch nicht zu wissen. Aber wir müssen, wir müssen eingestehen. Also, die haben das wirklich gut gemacht mit dem Segelprofil, also. Ja, das ist... Naja, jetzt warte mal ab. Sie wollen einen dynamischen Wind einfügen. Vielleicht fügt sich das dann auch alles. Wir können so richtig schöne Choreografien machen demnächst, weißt du? Hier dreht es im Kreis und überall spinnen welche rum, weißt du? Du musst da irgendwie so eine Mozart-Symphonie drunterlegen und dann ein Video von Naval Action machen. Alter, ey. Ah, jetzt verstehe ich, das ist wie die Russen segeln nach Genuss von drei Flaschen Wodka. Ja, Methanol, ja. Methanol ist okay. Wodka ist viel zu teuer in Weißrussland. Kann sich da gar keiner leisten. Teure Zeug. Spiritus. Ja, gleich. Alter, Jack, das dumme Basic-Ding, da warte ich jetzt eine halbe Stunde auf dich. Nur eine halbe Stunde. Wenn da nicht wenigstens Katargy da drin ist, ja? Barrikaden, vierte, fünfte Rate. Barrikaden, vierte, fünfte Rate. Na toll. Ey, Barrikade ist nicht schlecht. Barrikade ist gut.